Hallo zusammen zur folgenden Aufgabe, die für echte Profis ist. Welche dieser Zahlen passt nicht zu den anderen Zahlen? Klicke kurz auf Pause, bearbeite die Aufgabe, gleich gibt es die Auflösung. Vergiss nicht dein Abo dazulassen und jetzt gibt es die Auflösung. Alle dieser Zahlen bis auf eine sind praktische Zahlen. Was praktische Zahlen sind, dazu habe ich ein extra Erklärvideo gemacht. Ich erkläre es trotzdem ganz kurz. Die 12 zum Beispiel ist eine praktische Zahl. Sie hat die echten Teile 1, 2, 3, 4 und 6. Durch diese Zahlen ist sie teilbar. Die Zahl 12 selbst zählt nicht als echter Teiler. Jetzt kann ich alle natürlichen Zahlen kleiner als 12, also von 1 bis 11, mithilfe ihrer Teiler darstellen. Und zwar als Summe von paarweise verschiedenen echten Teilen. Und hier sind alles praktische Zahlen bis auf die 184. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr wusstet, was praktische Zahlen sind und was eure Lösung war. Teile niemals durch Null, aber teile dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.